Athene oder Athena ist eine Göttin der griechischen Mythologie. Sie ist die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes, der Kunst, des Handwerks und der Handarbeit sowie Schutzgöttin und Namensgeberin der griechischen Stadt Athen. Sie gehört zu den zwölf olympischen Gottheiten, den Olympioi. Ihr entspricht die römische Göttin Minerva. Ihr Heiligtum in Athen war der Parthen. Auf der Akropolis standen mehrere Statuen der Athene aus der Hand des Bildhauers Phidias. Die größte Statue verkörperte die Athena Promarchus in voller Rüstung. Ebenso berühmt war die Krüselefend ein Kolossalstatue der Athena Parthenes im Parthen. Name Der Name Athena ist vorgriechisch und wahrscheinlich nicht endogermanischen Ursprungs. Die Bedeutung ist unklar. Ein aus Knossos stammendes Tontäfelchen mit Linearschrift B aus mykenischer Zeit nach 1500 v. C.H.R. Nennt Athana Potienia, wobei es sich bei Athana um ein Theonym oder ein Toponym handeln könnte. Der Wortbestandteil Potienia wird mit dem altgriechischen Pi-Omikron-Oni-Jota-Alpha identifiziert und bedeutet Herren, Gebieterin oder Beherrscherin. Das Wort Athana Potienia wurde lange Zeit als Herren Athana übersetzt und es wurde angenommen, dass Athana eine weit verbreitet verehrte Burggöttin war. Eine neuere Übersetzung ist Mädchen aus Athen, was bedeuten würde, dass Athen der Herkunftsort der Göttin ist und sie schon in dieser Zeit eng mit der Stadt verbunden war. Beinamen Bekannte Beinamen der Athener im Griechischen sind Pi-Alpha-Lambda-Lambda-Sigma-Teta-Ethan-Ü-Palas-Athena Pi-Alpha-Rho-Teta-Epsilon-Ni-Omikron-Sigma-Pathenos-Die Jungfrau Pi-Rho-Omikron-Mü-Alpha-Chi-Omikron-Sigma-Promacus-Die Vorauskämpfende-Die in vorderster Linie-Kämpfende-Die Verteidiger-In Gamma-Lambda-Alpha-Y-Kappa-Pi-Iota-Sigma-Teta-Ethan-Ü-Glau-Kopis-Athena-Die Eulen-Neugige-Athena-Die-Helleugige-Athena-Alpha-Rho-Epsilon-Iota-Alpha-A-Reia-Teta-Ethan-Ü-Epsilon-Rho-Gamma-Alpha-Nü-Etha-Athena-Ergane-Tau-Rho-Y-Tau-Omega-Nü-Etha-Athrisch-Hund-Die Unermüdliche-Die-Unüberwindliche- Pi-Omikron-Lambda-Iota-Alpha-Sigma-Polias-Die Stadtgöttin Pi-Alpha-Tau-Omikron-Iota-Eta-Patreu-Die-Beschützer-In Mythos Athena ist Schutzgöttin und Namensgeberin Athens. Sie gilt als Göttin der Städte, der Weisheit und des Kampfes. So auch der Kriegstaktik und der Strategie, sie fungierte als Palast und Schutzgöttin der mykenischen Herrscher. Athena war Schirmherrin der Künste und der Wissenschaften, als Hüterin des Wissens beschützte sie auch Spinner, Weber und andere Handwerker. In den zwei größten Eben Griechenlands der Ilias und der Odyssee von Huma ist Athena die Schutzgöttin des Odysseus. Im Trojanischen Krieg kämpft Athena auf Seiten der Griechen. Anschließend begleitet sie Odysseus bei seinen gefahrvollen Abenteuern. Athena führt Perseus bei der Enthauptung der Medusa. Familie Athena war eine Tochter des Zeus und der Metis. Zeus hatte die von ihm mit zwei Kindern schwangere Metis verschlungen, da prophezeit worden war, eine Tochter sei Zeus eben bürtig. Ein Sohn werde ihn jedoch stürzen. Als er danach unter großen Kopfschmerzen litt, zerschlug Hephaestus auf Zeus' Befehl hindessen Haupt. Daraus entsprang in voller Rüstung Athena. Sie wurde daher als eine Verkörperung des Geistes und damit der Weisheit und Intelligenz angesehen. Der Bruder der Athena blieb in Metis ungeboren und unbenannt. Die Hephaestus-Episode ist nicht in allen Versionen vorhanden. In einer besonderen Version des Mythos entsprang Athena in Rüstung dem Mund des Zeus und zwang ihn, ihre verschlungenen Geschwister freizugeben. Als Schutzgöttin der Stadt Athen wurde sie daher auch oft in voller Kriegsrüstung dargestellt. Ihr Ziehvater war der Meeresgott Trito, mit dessen Tochter Palassi aufwuchs. Athena tötete diese versehentlich während eines Kampfspiels mit Wurfspeeren. Zum Andenken schuf Athena eine Statue, das Palladion, und übernahm den Namen der Getöteten. Pi Alpha Lambda Lambda Sigma Theta Etan Ü Palas Athena Wie viele griechische Gottheiten war Athena überaus leicht zu kränken. So verwandelte sie Arachne, die behauptete, die Götten in der Webkunst zu übertreffen, in eine Spinne. Der Maler Diego Velasquez hat den Wettstreit zwischen Athena und Arachne in seinem monumentalen Gemälde die Spinnerinnen dargestellt. Sie ging niemals eine Liebesbeziehung ein, daher auch der Beiname Parthenos die Jungfräuliche. Doch hauchte sie auf Bitten ihres Freundes des Titanen Prometheus den Menschenwissen und Weisheit ein. Nach der Legende brühten Poseidon und Athena um die Schirmherrschaft einer Stadt. So hielten sie einen Wettstreit ab. Wer der Stadt das nützlichere Geschenk mache, habe gewonnen. Poseidon gab einen Brunnen, der jedoch nur Salzwasser spendete oder in anderen Versionen das Pferd. Athenas Gabe war der Olivenbaum und damit dessen Holz und Früchte. So wurde Athena die Schutzgöttin der Stadt, die seitdem ihren Namen trägt. Tetanü Alpha Iota Athen Athena und die Eule Laut Hummer ist Athena Gamma Lambda Alpha Y Kappa Pi Iota Sigma Glaukopis, was meistens mit Eulenneugisch übersetzt wird. Für das Attribut Glaukopis gibt es mehrere Deutungen. Eulenneugisch bedeutet möglicherweise, dass sie scharf und im Dunkeln sehen konnte. Nach einer anderen Interpretation sind mit den Eulenaugen große Augen gemeint. Große Augen galten in der Antike als Schönheitsideal. In ähnlicher Weise gibt es für Hea den Beinamen, die Kuäugige, der nicht herabwürdigend, sondern ebenfalls als Verweis auf große Augen zu verstehen ist. Eine andere Deutung leitet Glaukopis von Glaukos hell, leuchtend, glänzend ab. Demnach könnte Hummer die Eigenschaft schäleugig gemeint haben. Im alten Griechenland gab es, wie auch heute noch, sowohl helläugige als auch dunkeläugige Menschen. Ein Argument lautet, wenn Hummer auf große Augen hinweisen wollte, hätte er Athene wenigstens ab und zu auch kuäugig nennen können, genau wie Hera. So nennt er aber immer nur Hera und nie Athene. Die Frage ist also, warum Hummer für die beiden Göttinnen verschiedene Attribute verwendet hat. Wenn die Bedeutung jeweils nur großäugig gewesen sein soll. Diese Überlegung stützt die alternativen Deutungen scharfsichtig und schäleugig. Jedenfalls war die Eule Athena symbolisch zugeordnet und erschien auch auf den athenischen Münzen, daher die seit der Antike bekannte Redenzart. Eulen nach Athen tragen für etwas überflüssiges Tun. Auch heute ist ein Teil dieser athenischen Münze auf der griechischen 1-Euro-Münze zu sehen. Als Sinnbild der Athena und als Vogel der Weisheit galt insbesondere der Steinkauz. Sein wissenschaftlicher Name ist Athene Noctua, nächtliche Athene. Nachwirkung In Buchtiteln erscheint ihr Name häufig. Im klassischen Jahrhundert der deutschen Literatur wurde für Athena oft der damals geläufigere lateinische Name Minerva benutzt. So auch in Hegels berühmtem Zitat zu der Tatsache, dass die Erkenntnis gesellschaftlicher Verhältnisse den Ereignissen oft erst folge. Die Nationale und Kapodistrias Universität Athen, die Max-Planck-Gesellschaft, die Universität der Bundeswehr München und die Technische Universität Darmstadt führen den Kopf der Athener in ihrem Signet. Die deutsch-griechische Athene-Grundschule in Berlin trägt diesen Namen seit 2002. Statuen und Bildnisse Eine 5,5 Meter hohe Statue der Pallas Athener steht vor dem österreichischen Parlamentsgebäude in Wien. Auf dem Ehrenhof des Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie steht ebenfalls eine Statue der Athener mit gesenkter Speerspitze, mit der die Universität an ihre im Krieg Gefallenen erinnert. Seit 1957 steht eine solche Statue auch vor dem altsprachlich orientierten Wilhelm-dem-Dörpf-Feld-Gymnasium in Wuppertal. Punkt. Punkt. Punkt.